Hey, Vincent hier und heute zeige ich dir ein unfassbar gutes USB-Mikrofon von Sennheiser, mit dem du deine Online-Meetings, Audioaufnahmen, Podcasts und Videos auf das nächste Level bringen kannst. Und das Beste daran, es ist super einfach. Ich nehme auch das komplette Video mit diesem Mikrofon auf, damit du dir selbst ein Bild bzw. Ton davor machen kannst. Ich werde auch keine Effekte oder Veränderungen an der Audioaufnahme vornehmen, damit man wirklich hören kann, welche Qualität direkt aus dem Mikrofon kommt. Ich nutze schon seit einiger Zeit ein sogenanntes XLR-Mikrofon von Rode, was qualitativ super ist, aber auch nicht ganz einfach in der Bedienung. Man braucht ein zusätzliches Gerät, um dieses Mikrofon überhaupt nutzen zu können und für Online-Meetings ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Dann habe ich vor einiger Zeit das Sennheiser Profile entdeckt, was per Plug & Play super einfach funktioniert und sofort einsatzbereit ist. Das Mikrofon kommt mit einem Standfuß, den man auch abschrauben kann, falls man einen Mikrofonarm nutzen will. Mit etwas Kraft kann man auch den Neigungswinkel von dem Mikrofon verändern, was durchaus sinnvoll ist, wenn man das vor einem auf den Tisch stellt. Zusätzlich ist noch ein 1,2 Meter langes USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten, was für mich auch etwas länger hätte sein können. Das steckt man dann einfach in den PC und dann kann es auch schon losgehen. Ich finde auch super praktisch, dass alle wichtigen Knöpfe und Regler direkt vorne auf dem Mikrofon sind. Man muss also nicht andauernd in irgendwelche Systemeinstellungen gehen, sondern man kann alles direkt hier einstellen. Ganz oben ist der Mute-Knopf. Wenn man den drückt, leuchtet es rot und man sieht sofort, ob das Mikrofon gerade an ist oder stumm geschaltet. Das finde ich persönlich für Online-Meetings auch super praktisch. Ich mache das jetzt mal wieder an, dann sieht man es sofort grün leuchten. Darunter gibt es die Möglichkeit, das Mikrofon leiser oder lauter zu stellen. Wenn man es ganz nach links dreht, dann wird es sehr leise und wenn man es nach rechts dreht, wird es sehr, sehr laut. Je nachdem, wo du dein Mikrofon positionierst, macht es eben Sinn, das entweder ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter zu drehen. Die zwei Regler darunter sind interessant, wenn du einen Kopfhörer eingesteckt hast. Den Anschluss dafür findest du hinten auf der Rückseite. Wenn du den Regler ganz nach links, also Richtung Mikrofon, drehst, dann hörst du nur, was dein Mikrofon an Geräuschen und Ton aufnimmt. Wenn du den Regler ganz nach rechts in Richtung PC-Symbol drehst, dann hörst du nur, was von deinem PC oder Laptop kommt, je nachdem, an welches Gerät das Mikrofon angeschlossen wird. In der Mitte kannst du dann beides gleichermaßen hören. Und der untere Regler stellt die Lautstärke des Kopfhörers ein. Ganz nach links wäre aus und ganz nach rechts wäre sehr, sehr laut. Falls dir das Video gefällt, dann lasst doch eine Bewertung da. Einen Daumen nach oben bzw. einen Kommentar hilft mir und dem Kanal sehr und geht super schnell. Tausend Dank dafür. Jetzt wollen wir mal das Mikrofon direkt exemplarisch in der Microsoft Teams App ausprobieren und damit den direkten Unterschied zu einer zum Beispiel Laptop Qualität hören. Als erstes öffnen wir Teams und nehmen mal eine Testaufnahme mit meinem Dell Laptop auf. Das hier ist eine Testaufnahme. Der Laptop steht vor mir und ja, so klingt die Tonqualität direkt aus dem Laptop hier. Jetzt stecken wir das Kabel in den Laptop und wählen in den Geräteeinstellungen das Mikrofon aus. Jetzt kommt die zweite Testaufnahme. So, das ist jetzt die zweite Testaufnahme. Ich habe jetzt das Mikrofon eingesteckt. Das hat innerhalb von fünf Sekunden reagiert und umgestellt. Und der Winkel hier von dem Mikrofon ist ein bisschen angeschrägt. Ja, so ist die Tonqualität. Microsoft Teams und Zoom kompressen die Audioaufnahme sehr stark, was die Qualität beeinflusst. Deswegen klingen diese Aufnahmen jetzt gerade besser als die Beispielaufnahmen eben in Teams, obwohl es genau das gleiche Mikrofon ist. Das hört man vor allem, wenn man Kopfhörer auf hat. Ich persönlich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis super und kann das Mikrofon wirklich nur empfehlen. Das Sennheiser Profile ist mit 130 Euro natürlich nicht extrem günstig, aber eine ganz einfache Plug-and-Play-Lösung für das eigene Homeoffice oder Büro. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du die Qualität von diesem Mikrofon findest und natürlich auch, wenn du noch Fragen dazu hast. Wenn du dich jetzt noch für weitere Technik für dein Homeoffice interessierst, dann schau dir doch dieses Video hier an. Hier zeige ich 5 Dinge, auf die ich persönlich nicht mehr verzichten kann. Bis gleich dann im nächsten Video. Gude!